Hallihallo meine sehr verehrten Damen und Herren zurück zu Rindia hat Kollektionen wie dem Emerius und auch hoffentlich euch den Zuschauern In der letzten Folge haben wir, naja, zu wieder gefunden Als auch unseren neuen Mitstreiter Gatwin mit fast 300 HP Wobei Justin und Gatwin sich erstmal ein richtig krasses Duell geliefert haben Aber nur durch ein Missverständnis natürlich Und jetzt sind sie die besten Brüder Ein Versprechen unter den Männern, ne? Für ihren Verteidigung aller Gegner, er wird Angriffskraft mit Hitze einfolgt Gucken, wirst du wahrscheinlich nicht durchkommen, ne? Ja! Ah doch! Wie viel Erfahrung ist das? Für unseren Freund Ach, ja, stimmt ja Oh, mittlerweile können wir Knistern einsetzen, sehr schön Und wir müssen das Wachse-Level nehmen Gerne! Gersokraut Gersokraut Gertwin Plus 4, plus 4 Sonst hat das jetzt echt nicht gegeben Wach, haben wir denn hier ein Feuer-Talisman? Okay So Gertwin, mein lieber Freund Mach doch mal deinen Zaumertrachen Wir wollen das ja nochmal sehen, ne? Das Schöne Womit er Justin mit einem Heep einfach mal aus dem Heep geklatscht hat Da fiel das auch noch Feuer dran, weil... Hm? Das dauert ein bisschen lang, ne? Mit dem Aufladen Können wir noch mal ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln? Oh... Gibt zwei Jusen? Doch, doch, doch Dragon King Slice ist halt... Sehr nett Sehr nett Aber kostet die Menschen entsprechend auch 45 Aber, plus 24, plus 12, plus 12 Gibt gute Erfahrungspunkte Genau wie der Lutusschneider von Justin Aber... Wie gesagt Kommt halt einher mit einer richtig großen Kost So, mein lieber Gertwin Mal graben Der Peitsche Schön schön Ja Er ist halt wie Justin mehr so der physische Kämpfer Aber... Mit genug Löffeln Ist auch er Gar nicht so schlecht So, ne 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 Du gehst mal hin und... Gaffst den falsch an Super So muss ich natürlich jetzt nicht Aber so sollte es eigentlich gut funzen Sie sollte den jetzt am besten nur schwächen und nicht töten Gut, dann halt nicht Du gehst mal nicht Wie ein Schick So, das sind nur einmal Waffner-Fassung bekommen Leider Nur plus 5 Plus 6 plus 6 Plus 12 Erde Für Gertwin Für ein Mana Ne, also deswegen bin ich die Baff-Zaubiger Am besten Naja, bisschen so vielleicht Wow. Wenn das mehr auch eh ist, auch eh Buffsauber sind es halt. Mega gut fürs Level. Flammenfackeln? Ne, ich wollte eigentlich schon mal... Soos knistern sehen. Ich bin mir sicher, das wollt ihr auch mal sehen. Zumindest einmal. Einmal kann man das auch machen. Katrin? Graben? Justin? Graben? So, jetzt kommen wir zu dir und schön deinen Knistern. Kostet ein Gesamtmaler vorab dafür? Aber egal. Der Fehler kommt nicht zum Zaubern, leider. Aber wie schön, dass diese grüne Panzer 1 zu 1 sich vermuten hat mit Finas Haare. Ja. Ist nicht schlecht. Ist nicht nett. Ist nicht nett. Ich finde, der ist gar nicht schnell. Ich hab's hier so graut. Surf plus 9 plus 9. Plus 9 plus 9. Also plus 3 pro Treffer für den Gegner. Ist ja jetzt nicht so viel. Aber naja. Wir kämpfen uns hier durch. So, hier. Mach mal ein Feuer. Mein lieber Gatvin. Mach mal mal gehen. Oh ja. Oh. 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 Geht ja eigentlich. Oh. 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 Währenden ist da. Oh. Oh, was geht meiner Meinung nach? Oh. Ah. Oh, ich habe da noch nicht. Unsere Nisch Tiff. Machen wir das nochmal. Es ist ja immer noch 12 Erfahrung vom Gegner, der getroffen wird. Das ist ja auch nochmal drauf. Ähm, mach mal ein Zitter. Here goes, prepare to die. Prepare to die, Eggbeard. Ich frag mich, ob das jemand kennt. Der hat das nicht übergeben. Glaube ich nicht. Was soll ich sein? Lebt rein. Ja. War klar. Was für ein Zitter. Dann können die schon noch besser abhaben. Aber Gatwin baut eh alle Level in Magie die man haben kann. Guck mal, neue Gegner. Thron-Volem. Steinmann. Steinen sehen die mir nicht aus. Die sehen mir sehr nach Tod aus. Zum Geldwiesen. Dann dürfte wahrscheinlich auch Erde nicht so viel machen. Und Wind wahrscheinlich auch nicht. Auf einmal probieren. Auf einmal probieren. Ja. Wie viel gedacht hab. Ich hab Pupeng. Heaven and Earth. Ja, nur Earth. Ich hab ein Steinmann gegen Erde. Vielleicht aber macht man mal irgendwas. Pupau. Ich hab absolut gar nichts. Pupeng war es nicht. Pupau. Pupau. Ja. Auch nix. Okay. So. In derweil auch 100 Hoppe. Wie. Können die einschlafen? Hier wir gehen. Trifft zumindest alle. Nöh. Die sind echt aus sehr hartem Stein. Es wird aber nichts mehr hier sein. Nein, 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 nein. Die Steinswurm. Nein. Das heißt, es wird eins noch genau draufgenüppelt. Man überlebt diese Schläge vonUSIST. Es wird immer Angst vor Ort geknüpft. Einfach drauf. Vieler kamen natürlich nicht dazu, weil so Effekte fången. leider warum musst du jetzt einmal drüber gehen naja kentrin hier 26 schaden richtig gut rein das ist immer so einachtig wie wir haben wie gesagt noch einen stein wocht möchte ich jetzt aber nicht sehen so dann noch einmal bitte die gute fina heilen das war auch fast schon ein drittel an der hp von dir das ist nicht gut nein heute wollte ich nicht die läufer und der kommt vorher dran da war man kritischen angriff alle gut wahrscheinlich wäre es besser gewesen wenn du den vorderen angriffen hättest aber kommst du warte nochmal schöne erfahrung fina knüppel vielleicht hast du nein nicht nur für leichtbefehler schafft ihr den gegner nicht zu töten dann dürften wir mit su das abschließen mit einem knister das dürfte mehr als ausreichend sein ich habe schon so ein käppi auf oder die 22 schaden komulativ ist nicht schlecht viel mehr gibt es nicht im bild versteckst du jetzt eine geschehen nein ich habe es nicht zu schlecht gesehen 20 plus 20 ne 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 das feuer und erde gleich das war eigentlich richtig die kombinationsangriff machen so bevor wir hier weiter gehen das weg mal ich habe es nicht vergessen mann mann durch mann da wird zwei mann ja wir noch eins zu können da geht es hoch ich weiß noch nicht was eine gute idee ist wir wollen ja noch nicht zu weit vor das ist dann nämlich noch das ist dann nämlich noch das ist dann nämlich noch der ein oder andere Weg die wir noch nicht gegangen sind noch mal ein paar Slippies soo Ganon Justin ok boom boom reicht na keule level up soo und perfekt so das dürfte jetzt keine ahnung 5 auf Ausmaß gegeben haben 4 nur für beide für Justin zumindest das heißt wir wollten dann noch 4 mal zucker und dann leiten wir beide selber gleichsmäßig ok ich habe den verdacht wir gehen hier richtig deine nicht aber wir gehen da erstmal soweit wie wir die 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 das ist genau der richtige weg also gibt es noch so dass ein oder andere kleine dinge ich bin noch mitnehmen wollen noch mal ein wäre schon nett ich glaube sie nicht wir können die bitte sprechen wahrscheinlich ich habe nur boom boom hat vier gegeben bei zwei gegnern auch vier okay cnp keine chance dass das irgendwie mehr gibt an der fahrer hier konnte ich nur so vermessen sein egal das lasst uns nicht weiter stören wir kriegen so oder so unser level früher oder später zumindest so runter hier aber auch schön gewinnt direkt den ersten weg richtig gehen okay ja den hier einfach weg mit den ganzen stein da läuft einfach gedwin durch und dann ist das schon weg das problem kennen wir mit dem das heißt auf die nase ach man, der rein konnte schon besiegen mit einem schlag den bitte oh aufs zu ey du arsch das kleine mädchen wirklich gedwin hast du den einen schlag jetzt echt vermasselt ja vielleicht kriegst du noch einen kannst du dich noch heilen vielleicht in der zeit ich glaube es soll ich aber oh nice du hast tatsächlich noch hingekriegt nicht schlecht 168 ne ach guck mal wasser plus 3 99 wasser das so ein kleine wie komm ich denn da rein und so hast du das geld dran hier ach so ja natürlich aber den anderen fahrzeugen kann man nicht gehen also mal nett aber hier war noch ein steinchen ach ja und ein brot was sich als kraftsam entpuppt nett gegenstand ach so nö was hast du denn da tippig gedärme du läufst mit gedärmen rum da der kraftsam was wollte das man muss ein stärker mehr justin was konnte deines sein plus für solche resistenz gegen solchen resistenz weiß ich jetzt nicht ob wir das brauchen da war jetzt noch kein gegner gehabt der irgendwie solche gemacht hat vor die solche aber wenn wir eh wieder hier an dann können wir nochmal kurz uns päppeln auf päppeln natürlich und zum nächsten gebiet gehen äh der weg ich würde fast vergessen in welcher richtung der weg war hier lagen und ist nur noch stu geradeaus mehr oder weniger und dann die pflanze die sich ganz nützlicher weise als bändeltreppe herauspuppt die man natürlich auch gekonnt runter fällt weil es kein geländer gibt so jetzt aber beim ersten mal kein problem aber ja einmal ist kein mal ne so dann hätten wir dann den flutrandtalen 3 auch vollständig gemeistert glaube ich zumindest fängt direkt so an ne weißt du was gehen wir erstmal rechts lang ach guck mal war doch der beste war die bessere entscheidung aber ein paar platschmödes es wird genau so viel hp justin ah ja stimmt ja ne das weiß ich das machen wir beim nächsten mal wenn wir wieder so eine richtig große gruppe haben von den von diesen komischen typis Lärmpeitsch mit keinem umbringen lärmpeitsch mit wir können wir doch ein bisschen stelle nicht jetzt dann einfach und so perfekt Ha, 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 pretty easy. Schön. Plus 15. Das gibt aber noch recht gute Erfahrungen. So gut für ihre Peitsche. Wie flert ihr denn mittlerweile? Immer noch 11. Uiuiui. Das ist zu, ist bei 16 Keule. Eine Stärke weniger. Nicht schlecht. Mir fehlt es aber ein bisschen an Wind-Magie. Der guten kleinen Sue. Au. Aber nur Sue. Die arme kleine Sue. Das ist nur ein Dreiergespann. So, dann. Mal die gute Lampage. Und hier noch einen roten Rotusschneider. Oh, das hat sich mal gefehlt. Burn, Baby, burn! So, mein lieber Gator. Zitter? Zitter. Sue? Meine liebe Sue. Oh, schlummern. Come on, everyone. Let's go! Dass der Attacke vielleicht, äh, abgebrochen wird. Du bist einschlafen. Perfekt. Und das Wasser lag natürlich auch. Aber der ist jetzt mittlerweile zu weit weg für den einen, anderen Platz, oder? Was soll er damit sich weiter kümmern? Bei Fina dürfte jetzt das nächste dran sein. Oder Justin, wenn Justin schnell ist. Ne, Fina kommt gerade noch so dran. So, dann machen wir es so. Zwei Mal Schlag von Fina. Reicht nicht aus. Aber dann kommt der kritische von Justin. Perfekt. Ja. 80 Gold. 50. Erfahrung. Joa. Kann man nehmen. Dann haben wir das Geld auf dem Boden mal wieder. Wir haben schon ewig nichts mehr gekauft. Ewig. Wieder nur zwei. Paurus immer bei zwei. Ah, als erstes dran. Hm. Doppelte Erden-Power. Aber ich glaube, die Zittern reicht bei denen nicht aus. Das ist einmalig. Also dürfte Gatwell sich dann die Kills holen. Mit Händen langsamer als Hintern. Ne, nur nicht mal. Gehört sich nicht mal die Kills. Die sind sogar noch schwächer als erwartet. Also Zauber. Nicht die Gegner. Die Gegner sind zäh als erwartet. Aber doch ein Level. In Erde für uns. Also lieb gepanzerte Freund. Weiß was hier noch mal. Schönen Häufer. Und weil es zu. So wenig Erfahrung hat. In Wind. Aber immer noch irgendwie doppelt so viel wie in Edwin. In Erde. Ne, nicht mehr mittlerweile. Erte jetzt durch. Ach, Erde und 6 Feuer. Also erheulen. Heulen sollte ausreichen. Es ist ein Tornado. Es ist ein Tornado. Jupp. Gleich da auch aus. Sehr leicht. Oder? Ja, Koffi? So, was haben wir hier? Erde will nicht. Erde will nicht. Erde will nicht. Wie hätte es auch anders sein können? Guck mal. Wieder ein... Oh, war das wieder ein Mannerstein? Was steht jetzt wieder ein Manner ein? Gatron ganz zum Schluss. Er ist nicht gerade schnell weg. Aber kraftvoll. So, Bupeng. Dann hat sich die Sache erledigt. Aria! Flieh weg! Das dürfte dann 6 Erfahrungspunkte geben in beiden Bereichen, worauf wir dann noch von 9 sind. 97 rum gehen. Von beiden. Oder auch nicht. Achja, wir haben hier Erde. Wir haben jetzt Stand gemacht. Entschuldige. Okay. Achja, stimmt. Wir hatten ja auch Luftschneider gemacht. Oh Mann. Okay. 3. Jetzt haben wir 3 sogar. Und der spinnt so ein bisschen. Platschmöder. Nochmal Platschmöder. So, hier. Läppenpeitsche. Noch mehr Erfahrung. Darin. Justin. Du haust den anderen kaputt. Now I'm really angry. So, so, so. Was mach ich mit dir? Meil? Du bist ein bisschen angeschlagen. Und du, Gertwin, du verbrennst den. Soll dir da was zu tun. Rage and Flame. Du hast immer sein Schwert benutzt. Für das Zauber. Egal wie klein. Nein, jetzt warte ich keine Gegner. Für den großen Gertwin. Wollen wir noch ein bisschen weiter. Ich hatte schon so ne Vermutung. Ja, guck mal. Die Steiner Menschen. Die Steiner Menschen. Die Steiner Menschen. Gertwin als erstes. Perfekt. Genau das wollte ich auch haben. Justin als erstes. Trotz alledem. Weil das schnell ist. So. Mal gucken, ob die dem aushalten können. Du brauchst überhaupt einen Schaden bekommen. Überhaupt mein. Schech. Ist auch noch mal Läufer. Ach hier unten war der. Schön Gertwin. Vielleicht kommt es, ist auch noch drin im Läuferzauber. Sieht das aus. Ne. ist halt natürlich richtig nice der buffen ja den können die auch total abhaben das heißt wirklich bei denen ist einfach nur ein knüppchen mit ihrem stäbchen da ein richtig weit zurück macht ja mal weg hier das sind ich dachte ich es wird ausreichend hier aber ich würde sagen das ist erstmal eine gutstellung zu pausieren davor dass noch ein paar rote teufel in die wand finden anscheinend nicht und da machen wir noch den kampf tja ihr hättet euch nicht mit mir anlegen sollen schön mit winden lasst sie weg perfekt aber ja hier vor diese komisch drehenden blüte machen wir schluss für sollte ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann lasst es mich wissen in den kommentaren also bis dann tschüss